Einige schneller. Wer? Welcher? Der Quadro ist schneller, der ist der schnellste in der ganzen Liste hier. 3,6 Sekunden. Aber ich, weil ich so cool bin, nehme ich den Golf 1 mit 4,6 Sekunden. Der schafft auch 311 kmh. Ich nehme den Golf 1, weil ich es kann in NFS Edition. Den habe ich noch gar nicht. Schon, der hat 4,6 Sekunden von 0 auf 100 und 0 auf 11 kmh. Das ist realistisch. Ich habe jetzt den Quadro. Ja. Hast du den schon über den Quadro? Ja, oder? Was? Den Quadro. Den kriegt man in der Story. Den bekommst du doch in der Story an, ne? Ja. Ja, den habe ich schon. Ob ich denn irgendwie voll der Story total langsam fahre? Was, das steht echt irgendwie langsamer, ey. Hinter mir den weg, aber doch wiederum mehr. Na komm. Rennen startet bereit machen, ja. Ja. Bereit machen, bereit machen, trinken Sie noch einen Kaffee, lassen Sie sich Zeit. Gönnen Sie sich Ihre Pause. Und dann startet es auf einmal. Und dann schmeißen Sie die Kaffee mit dem nächsten. So, los geht's. Haha, Golf 1 Action. Was sieht dein Park aus, die, ey. Ja, Shooter Golf 1. Nie vor Speed, jetzt nicht. Wow. Das war jetzt, Mirko. Ich hatte es gerade voll im Alter. Das war ich. Das war Mirko, man. Erster. Erster. Wir sind schon gewesen, Marken. Ja, es ist dieselbe Strecke, sind wir gerade schon mal gefahren. Fahren wir dieselbe Liste halt nochmal. Ja. Egal, wir kriegen nur das Auto. Alter, ist sehr schnell, der Golf. Ich fahre 32 Uhr gleich. Wir waren eben nicht in New York, oder? Doch, wir sind dieselbe Strecke, sind wir gerade schon mal gefahren. 42, 245. Selbe Strecke, ja, man. 360. 250. Und Kurve. Aber nicht eingeschlagen. Ja, doch, ich schon, aber egal. Wenigstens bin ich Zweiter. Hinter dem Godfather. Ich bin Vierter. Ich hab ne Kurvenlage. Alter, ich hab ne Top-Kurvenlage. Ich brauch nicht bremsen. Was? Boah. 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 Wachlos. Wuhu. 32. Hammer. Und... Also Jorio, den holen wir uns jetzt die Zweiter. Da vorne. Ah, scheiße. Ah, ah. Grad hast du gekriegt. Ich hab's grad wieder überschlagen. Das war nicht richtig toll. Kann man sich auf so ner Strecke überschlagen? Da ist doch wieder im Weg. Alter, der Golf hat ne Kurvenlage, ist traumhaft. Also irgendeiner von euch will dich gleich noch überholen. Mich nicht. Ja, wahrscheinlich mich, weil wir wieder... Mal wieder und ich fähre wieder erst auf der Strecke hier. Jetzt hab ich kurz nen Lenk gerade. Das ist nicht schön. Man hat's gesehen. Hallo, ey, Standbild! Hör auf! Was zum? Geier! Ich hab ein Standbild! Scheiße! What the fuck! Fuck! Ja! Ich fliege. Ich hab ein Standbild. Ja! Power! Ah! 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 Legts jetzt immer noch? Nein, jetzt hat sich's wieder gut. Ah! Ich hoffe, jetzt kann ich wieder ohne Legs aufnehmen, ey. Jetzt wird zu kotzen. Oh, wie auch! Es legt jetzt grad nicht mehr. Jetzt hab ich nen Gamebooster und jetzt hab ich auch nur noch 5% CPU-Auslastung. Nein. Ja, bei 6-CANnen ist da nicht so viel CPU, was dann verbraucht werden muss beim Aufnehmen. Ja, 6-CANnen sind auch noch nicht so ganz ausgereift. Nee, merk ich. Ja, und ich hab 3 Gigabyte RAM, die fast verwendet werden gerade. Ja, bisher haben die 6-CANnen mich aber nicht enttäuscht. Oh, ich würd grad gerne ins Profil gehen. Mach doch! Um die Statistik-Grenze. Kannste machen. Ja, geht nicht. Ach, Pechgab. Ja, wie? So, wurde ich schon eingeladen? Ich hab ich gern... Oder? Ich bin ja schon in der Dings drin, deswegen... Ach so, ja. Warte, ich... Eintreten! Zutreten! Lukas, warte ich da noch mal ein. Mirko kann ich da noch mal einladen. Mirko, ja. Mirko, mach du mal. Hab ich doch. Ach so. Aber wir machen, äh, Massaker, ne? Aber mir nicht. Ja, lad ich dich ein. Hä? Äh... Warte. Du kannst das vorhin mir ab. Ja, weil ich hier meinen PC nicht so mach, was er soll. Du bist bei mir gar nicht online irgendwie. Doch. Nein, du schießt bei mir nicht so dran. Nur Mirko. Was? Die anderen sind nur alle online. Du bist aber bei mir nicht dabei. Ach doch da, aber ganz weit unten. Du warst ganz weit unten. So, jetzt hab ich dich. Jetzt ein anderer hinzu... Wer... Wer... Wer hätte jetzt da hinzugekommen? Irgendein andererseits beigetreten. Kick dir mal. Hä? Hä? Wo denn her? Ich hab keine Ahnung. Ich sag mal Jojo an die Stelle ein. Hallo, nicht lecken. Mirko, bist du überhaupt noch da? Ja! Gut. Ja, das macht jetzt dieser Jaden da drinne. Ja, warum leckert denn hier? Ich kann grad nicht durch meine Liste scrollen. Worum auch immer das nicht geht. Hä? Dein Profilsymbol hat bei mir auch noch gar nicht geladen. Bei mir auch. Eure nicht. Ach, ist doch blöd. Wie kann man den jetzt kicken? Warte, ich schreibe einfach Jojo an. Ja, wenn der da drüber reinkommt. Ähm... Doch. Aber der muss doch eingeladen worden sein, so kann man keine Spielgruppe beitreten. Oh die Spiel... Da steht dran, die Spielsitzung besteht nicht mehr. Warte, ich weiß nicht. Der soll raus. Warte, geh einfach mal aus dem Multiplayer alle raus und lass uns... Mal kurz die Spielgruppe... Lass mal. Geh mal einfach raus kurz. Ja, wieder... Geh alle neu... Kann ich auch mal eben stellen... Das ist sie gleich... Ja, ja, kann ich auch mal kurz den beim machen. Ja, ja, kann ich auch mal kurz den beim machen. Ja, ja, kann ich auch mal kurz den beim machen. Blablabla, ich könnte mir ja mal ein neues Symbol machen, so lange sieht es nicht. Und ich nehme immer noch auf, hahaha. Ich auch, jetzt habe ich ja gerade neu angefangen, es leckt nicht mehr. Okay, das Profil lädt. Es lädt, ja. Und lädt. Und lädt. Was ist denn das? 3,1 Durchschnitt. Ich weiß nicht, bei mir lädt er noch. Immer noch. Der lädt sehr gerne, das Spiel ist wirklich sehr ladebedürftig. 3,5. Ja, immerhin. Alter. 3,6. Wenn ich kreisdrücke um das Profil zu schließen, dann sehe ich was ich habe, das ist toll. Lagt doch mal. Multiplayer. Ne, ich bin immer noch im Profil. Na, na, na. Auweil, Lukas, du und dein PC. Ey, mein PC ist doch jetzt gerade nicht schuld, dass die PS3 die lädt. Ach da. Durchschnitt 3,3. Siege 40, Podiumsplätze 109. Siege 19. Dominierte Swan-Etappen 10 von 10. Was? Da war letztens 2 von 10. Okay, 10 von 10. Waut hin. Stimmt zwar kein Stück eigentlich, aber NifoSpeed darf das. Sie dürfen mir das sagen. Ach so, dann hat er es wohl noch nicht reingeladen. Ja, das waren 2 von 10. Ja, das ist immer noch irgendwie, ich weiß nicht. Jetzt seht ihr das Profil wieder neu. Nein, 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 ich will da raus. Ich will Multiplayer. Ach man. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die NifoSpeed-Server sehr langsam sind im Moment. Ja, sind sie. Weil jetzt auch in meiner Freundesliste, wenn ich hier bei NFS drin bin, sehe ich bei keinem den Hintergrund oder das Bild. Ne, sehe ich bei keinem. Ja, ich glaube ich weiß warum, weil bestimmt voll viele zu Weihnachten The Run bekommen haben. Ja. Das kann gut sein. So, dann mach mal eine Gruppe. Hab ich. Ach so, Entschuldigung, sag es doch einfach. Hast du schon. Das kannst du ganz nett sagen, Mirko. Bei mir noch nicht. Die Abonnenten mögen das nicht, wenn man die anderen sehr anbrüllt. Ich bin schon ruhig. Leichter choleriker. So. Massenkalkämpfe machen wir. Wenn es sein muss. Es muss sein. Die Zuschauer haben es gesagt. Ich weiß. Ich hab dagegen protestiert. Oh, Top 3 ist halt neun warm frei. Ich bin immer noch zu unzufrieden damit. Und wir haben nur Level 1. Okay, wir haben alle Level 0. Und dann so die Strecken, ne? 4 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Ich finde das so super, ne? Konkurrenten. Wir alle Level 0. Alle da unten Level 1. Und keine Profisymbole. Ne, ich bin Level 20. Ja, bei mir steht aber bei uns Level 0. So, was nehmen wir denn? Ja, das bleibt für euch beiden. Oh Gott, was für Wagen. Ich nehme den letzten. Pontiac Firebird. Ich nehm den Pontiac Firebird. Ich nehm den Pontiac Firebird. Ich nehm den in gelb. Und los geht's. Pro Touring Pack. Ich nehm ich auch einfach. Ich hab's einfach genommen. So. Ja, nice. Der ist geil. Ich bin noch nie mit Pontiac gefahren. Ja, wirst du dich auch bereuen. Ist doch der ist er. Ist der NFS. Pontiac Firebird, ey. So, los geht's. Ich fahr schon. Ey, du bist auch schon da. Hi. Ja. Wir beide sind schon drin. Jan und ich. Ja. Guck mal. Der mit der scheiße Internetleitung ist halt erst am Rennen, ne? Ja, ja, ja. Sieht er mal. Der Wagen ist cool. Die schöne Ami-Karre. Junge, wir sind doch keine. Junge, da. Wir fahren gleich hinten Offroad und da kommen noch Kurven. Dann ist die Karre nicht mehr cool. Ich seh das, die Offroad fahren. Ah, die haben so schönen Sound, die Muscle Cars. Die Muskelautos. Ah, 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 helf, helf, helf. Ah, 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 ah. Gerade noch gerettet, ey. Was, Ohbel, komm ich nicht wenn's hier in. 3, 2, 1, Ende. Läuft. WTF. Alter, das hat sich ja gelohnt. Ich war mit den Unterrädern schon von der Strecke runter eben Ja ey, bei diesem Zaun, ich bin auch voll links runtergeraten und dann bin ich wieder ganz weggegeben Oh Lol, ich bin Vierter Äh, guck mal, bei mir hat keiner Profilsymbol, keiner einen Hintergrund Ich liebe Nipfosfeet Das Internet, Nipfosfeet Online ist echt top, das Spiel, muss man echt sagen Ich glaube, ich bin gleich noch on the Burnout Paradise Hat jemand von euch noch? Den ganzen Monat warten, die ganzen Leute, die das jetzt zu Weihnachten gekriegt haben, die Schnauze voll von dem Spiel haben Hat viermal von euch lieb was wie Hotpurset? Ja Ja Echt, wir alle drei, vier? Ja, ich kann nicht online spielen Warum nicht? Aim Weil das ein Spiel vom Kumpel ist, hat's mir geschenkt Weil das Spiel ist online bestens, da hast du keine Probleme Und ich hab echt bei mir, bei uns, wir haben alle durchgängig Level Null und die unteren haben mal Level 1, das passt schon, ist richtig Wir sind noch nie nach Spiegel gespielt, haben wir noch nie, sieben wir uns auch direkt an Get out of the chair What the fuck, warum bin ich hinter, hä? Jojo, warum bist du bei in der Tabelle vor mir? Weil ich's kann Hä, was ist das für'n Schrott? Keine Ahnung Mit einem Punkt mehr, obwohl er zwei Plätze hinter mir war Ich war eins Ist das Spiel verbuggt, oder was? Ne, ey Let's Updates Sie kann's dringen, aber sowas von Aber die Gegner legen schon aber nicht mehr, das ist schon positiv, das hat sich schon mal eingestimmt bei mir, aber trotzdem alles andere ist scheiße So, los geht's Los geht's Los geht's Oh, yo, du hast einen coolen Fort Oh, ganz vorne, wir kommen Ey, wir stellen alle vier vorne, guck mal Verrückt Der erreiche fünf unsaubere Überholvorgänge Ha, 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 ha Ha, 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 ha Hallo, ich muss mal kurz da durch Wir drängen uns nicht hin Wir drängen uns nicht hin Wir drängen uns nicht ab, klar Alter, Jojo Penner Scheiße Da hab ich erstmal runtergeflogen Oh, hat der Wack Juhu, driften Die sauer Luft war's Der schubst nämlich einfach die Klippe runter, ich glaub's echt Das ist blöd, das Spiel setzt so schnell zu rücken, das ist das Problem, wenn du so runterfliegst, wirst du dir direkt gearscht Und Jan fällt wie besoffen Mit Alkohol am Steuer In der Hand Oh, die Kurvenlage ist beschissen Oh Gott Ach, Entschuldigung, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab das Warte mal, ich hab grad einen Fehler gemacht, ich hab das Wort Kurvenlage jetzt zusammen an Das gibt's nicht Ja, und mit Unbestimmassen Ja, ja Ich hab grad einen Fehler gemacht, ich hab das Wort hier in Kurvenlage zusammen mit Massecar gebracht, das gibt's nicht Das gibt's nicht Massecar und Kurvenlage, genau Ja, eben deswegen hab ich gerade, ich hab mich ja gerade korrig gemacht Alter, hallo Alter, hallo Junge Oh, man fährt zu nem Auto, das hat nen Wendekreis wie nen Punt Jan, du bist gerade ziemlich Zeitwendekreuu Hallo Mirko Erster Mirko Mirko Ich hab mich in die Wand gedrückt, bin ich kaputt Lukas abgeschossen, erfolgreich Früher schon zweimal abgeschossen Gut Ich bin direkt hinter ihm Jan, möchtest du auch noch mal? Was? Möchtest du mich auch noch mal abschießen? Juyo und Mirko hatten schon die Chance Du darfst auch noch einen Briss Ja, der musste aber eben sechs Plätze aufholen So, du lässt einfach sechs Plätze zu ihm fallen, ist auch okay Ne, schade Danke Warum nicht? Sei doch mal sozial, ey Na gut, das Spiel schon zwei zurück, drei Alles frei will die natürlich, man kennt das ja nicht Jaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Nitro in der Kurve ist nicht gut Woah Woah Alter Schäder, schießt hoch Was? Was? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, ich war zu schnell Oh scheiße Bei mir bist du einfach den Berg hochgefahren Oh, fuck you Fuck you Oh, Killer Cola hat gewonnen Oh, fuck you Oh, Killer Cola hat gewonnen Oh, fuck you Wer wollte dich nur nochmal von der Killer Cola besiegt werden Jojo Nein, ich hab schon wieder Ruckla Oh, doch nicht Nein Fuck Ich hatte gerade einen Ruckla Das war so knapp Das war so knapp, man Das war so knapp, man Wir müssen das wollen Das sei das, Lukas Ey Ihr habt nie bei uns Lukas und die Jojo Oh Scheiße, war das knapp Guck dir mal die Zeit nach, ey Oh, Mann Alter, was gibt's hier für Vollidioten? Der erste ist Killer Cola Dann gibt's eine der ist Killer Wheelchair 3 Sekunden, ey 3 Sekunden Ja, wie bei uns Ja, hallo Ihr habt auch Nitro gegeben, weißt Ich war bei Ich wollte ihn eigentlich noch abdrängen Das heißt, wir nebeneinander ins Ziel Ey, ganz doch Ne, nicht ganz Du warst so seit nichts Zur Hälfte war er vorbei Mit der Front an mir Einster Ziele, yay Gruppenziel Ja, ich auch Ja, werd ich das auch haben Gruppenziel, jo Bei der nächsten Runde krieg ich Level Up Nein, ich noch nicht ganz Fehlen noch zwei, drei Rennen Dann hab ich das Durchgeschlengelt Füster Durchgeschlengelt, motiviert, Blausbanz Durchgeschlengelt, motiviert, Blausbanz Mit den meisten Füßen Durchgeschlengelt, da war überhaupt kein Verkehr Das kriegt jeder Ja, und ich hab motiviert bekommen, weil ich zweimal gewesettet habe Natürlich freiwillig, man kennt das ja Ach, du Kacke, ey Das hat Trades Oh, ich bin dritter, uuuuh Ich bin sechster mit Jojo Oh mein Gott, bin ich tief gesungen Ich bin sehr, sehr tief gesungen Ich bin auf dem selben Niveau wie Jojo Das ist tief, tief Applaus, Applaus hier